Wir gehen weiter den Berg herunter, versuchen die verlorenen Neulinge zu finden, habe jetzt den Namen von ihnen vergessen. Ich sehe schon den Berg herunterlaufen, wird gerade ganz schwierig und es geht wieder rauf auf den Berg. So, ich glaube an diese Mission kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern und die einer von beiden will sowieso keine Hilfe. Der Anderen ist es egal, die Sturmschleuder ist im Gepäck dabei, die wird mitgenommen, ab, da können wir speichern, immer schön speichern. Ich weiß nie, wenn ich wo runter fliege und dadurch sterbe, was meistens der Fall ist. Okay, weiter, 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 da war ich, da war ich. Irgendwo die fetten Klippen entlang da. Oh, das schaut hellblau bei mir am Bildschirm aus. Ich weiß nicht, was ich da mit den Kontrast gemacht habe. Hab ich was getroffen? Oh, Stränder. Wiiiiiii. Das können wir mit fighten. Heilung. Das erledige ich! Ist der da raufgeglitscht gerade? Ich habe freie Schussbahn. Das haben wir alle gerade. Ah, gutes Ziel, junge Mädel. Das werde ich gleich merken. Ich habe meine Emotionen nicht gerade aufgefrischt. Hallo? Eine Fremde, ha? Tja, wer sonst würde mich auf meinem Weg begleiten? Welcher Weg wäre das? Das geht weiter von Tradition. Und weit weiter von Werak. Ist nicht... Mehr. Tja, verdammt. Sie wollen das Metall. Aber ich brauche es mehr. Na ja, wir kämpfen, wir rumeln. Was sagt, Banuk wollen keine Hilfe? Ist das wahr? Sie nicht. Riech schon. Ja, ich bin bereit. Klapp ziehen. Oh, meine Ausrüstung. Schaut ein bisschen anders aus. Haltet Stand. Wo ist der Rassler? Oh, mein Leben. Huh. Pass auf, Fremde! Wir sind noch mehr! Oh, gestunnt. Nein, nicht. Jetzt ist er runtergestunnt worden. Und zerschlagen. Bing. Bringen wir es zu Ende. Ich hätte meine ganze Muni vorher auffüllen sollen, nicht nur die von dieser Waffe. Ah, das ist eigentlich fast eine Elektro-Shotgun. Also sollte das ja genau mein Ding sein. Was war das? Ah, der Vogel. Können wir mal die Heilung holen in der Zwischenzeit. Ist lange kein fetter Sturmvogel gekommen. Ich brauche die richtige... Da, ist schon zu Fall gegangen. Und zerhackt. Das passt doch schon. Da lebt noch was. Ne. Wird einfach gelootet. Ich brauche keine Mods. Was für ein Glück. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie wohl? Ah, ich bin umsonst runtergehofft. Rauf! Ein bisschen muss ich loten. Du kämpfst gut. Ich bin Ekri. Danke. Ich bin Aloy. Den weiß zählen sollen zwei Jägerinnen fehlen. Du kannst doch wohl gehen, wenn du wolltest. Also... Ich bin wegen ihr geblieben. Meilen. Sie hat sich beim Abstieg das Bein gebrochen. Ich habe gewartet und aufgepasst. Doch sie muss zum Werak zurück, bevor sie gehen. Ja, wir können auch die Schubkonmedizin machen wie wir Pferden. Ah, die Werak. Ja. Kennst du diese Meilen gut? Schon seit wir wunde Knie hatten. Mein Leben lang. Es war ein Test, bei dem wir auf uns allein gestellt sind. Das war meine Schwäche. Scheint, als hätte sie Glück mit deiner Schwäche. So sieht sie das aber nicht. Was soll diese Probe denn beweisen? Dass wir die Stärke der Vorfahren haben. Dass wir überleben können wie sie. Auf der Suche nach einer Heimat waren einige im Schneesturm beim Gletscher gefangen. Vier Tage. Vier Nächte. Als der Sturm vorbei war, sahen die Überlebenden einen Langhals. Er machte sie Nachbarn Uhr. Tja, das wurden wir jedenfalls so erzählt. Meilen will deine Hilfe nicht, oder? Wegen der Regeln dieses Tests. Du bist wirklich schnell. Nein, nur gewöhnt Verbote zu hören. Sie lässt es nicht zu. Nimmt weder die Heilpflanzen von mir noch das Essen. Und was sie selbst zusammenkratzen kann. Ich konnte mich nähern, wenn sie wegdämmerte. Aber sie hat gelernt, das zu verhindern. Bringen wir sie zurück zum Werak. Okay. Ich habe eine Schiene für ihr Bein. Medizin für den Schmerz. Aber sie wird das nicht freiwillig nehmen. Gesetz des Überlebens. Stammes Gesetz sollte uns nicht von denen trennen, die uns wichtig sind. Auch wenn dir das Gesetz wichtiger ist. Wohin? Darauf. Heilpflanzen mitnehmen? War das eine Heilpflanze? Anscheinend nicht. Das ist alles andere als Schrott. Naja. Das ist Schrott. Man muss nicht übertreiben, Eli. Das ignorieren wir. Heilpflanze da. Es wird weiter geklettert. Komm. Wo? Da muss ich meinen eigenen Weg nicht finden. Sollte ich dir überall gut. Sollte leicht sein, oder? Uh, Lava. Uh. Schaut cool aus. Kann mal genießen. So. Wohin? Da müssen wir hin. Der gefrorene Fluss des Eisvaters. Wie lange. Viel weiter. Er behält viele Dinge. Aber sie bekommt er nicht. Wir werden es verhindern. Und dann renne ich halt voraus. Ah. Ich rieche schon einen. Wir haben Glück. Aufgetaute Griffe. Genau. Das sind in diesem Wetter aufgetaute Griffe. Ich rieche einen Gorilla-Bossfight, wollte ich sagen. Da. Sie ist ohnmächtig. Wir können die Maschinen bekämpfen, bevor sie da sind. Ein weiterer Traditionsbruch. Glaub es mir ruhig. Es wird jedes Mal leichter. Oh wow. Ja. Die Moni schaut nicht gut aus. Gehen wir einfach was dazu rein. Waffen. Weg. Und wo ist der Elektrobogen? Hier. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der richtig stark bei den Vögeln gewesen. Der Elektrobogen. Wenn ich die Tanks treffe. Das wird dir nicht gefallen. Ja. Schau. Sag ich doch. Das war meisterhaft. Weiter so. Plünderer. Sie witter Metall über Meilen. Ach komm. Treffe ich's. Der muss gesessen haben. Da ist der nächste dann. Wir sind ein gutes Jagdteam. Sind wir das? Natürlich sind wir das mehr nicht. Of course we are. Rein in den Kampf. Uh. Das war viel Leben. Ich schlage mal drauf. Ich schlage schon drauf, was geht. Ich glaube ich stehe irgendwo drin, wo ich nicht drin stehen sollte. Das wird nicht leicht sein, Aloy. Ich wollte nur die Pflanze. Das war Tod. Ich muss mal aufgehen, Alter. Ich habe den Mund zu werfen. Ich habe den Mund gefangen. Ja. Ich habe das so gut. Ich habe den Mund zu werfen. Ich habe den Mund gefangen. Was haben wir noch für Granaten? Oh, rennt doch raus, Junge. Gut getroffen. Oh, Feuer vielleicht. Ich bleib doch lieber unten. Jetzt hab ich hier ein Eis weggebracht. Ich glaub, Feuer macht grad nicht viel. Oh ne, was haben wir noch hier? Verderbnis wird das eigentlich gar nichts helfen. Wer auch da allein ist. Ja. Oh je, zwei haben wir noch, zwei Bomben. Make them work. Ne, hab ich nicht. Oh, warum bin ich zu faul, dass ich weitere Sachen ausrüste. Au. Komm schon. Da haben wir auch keine Monotons mehr. Und wieder zurück zum Feuer. Ne, Loot. Tss. Ich treffe meine Schüsse grad nicht so gut. Rapid Fire Shards einfach. Ja, brennt. Ich dringe dich zu feiern. Rapid Fire Shards. Jetzt ist es endlich da und dann. Ich glaub, danach muss ich mich eh mal mehr um meine Munition kümmern. Alles mal auffüllen. Ja, mit der Loot. Das brauchen wir nicht. Das, das, das. Das, das, das. Das schaut nach Heilung aus. Ich höre noch atmen. Hört ihr das? Er verweckt grad nochmal. Ach. Und talk to talk. She dead. Ich spüre ihr Fieber sogar bei der Kälte. Sie hätte das Bein nicht belasten sollen. Sie ist wach. Diese Fremde. Du kamst mit ihr, Ikri? Du denkst, ich war in der Nora-Heimat, um einen Speer zwischen uns zu treiben? Ich sagte, die Probe ist meine. Nur meine allein. Ich werde leben. Was ist dir mehr wert, Mylan? Dein Bein oder Stolz? Denn du musst dich für eins entscheiden. Beende es. Ich weiß, was du von mir denkst. Ich hab geschworen, du wirst ein Weißzahn. Das musst du. Ich gehe zurück. Allein. Oh. Schaut nicht so aus. Nein. Lasst mich in Ruhe. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich wollte niemals deine Hilfe. Du solltest den Verag um Vergebung bitten. Was ein Pitch. Der Verag war mir nicht wichtig. Sie wird verstehen. Du hast sie gerettet. Du kennst die Banuk nicht sehr gut, Eloy. Wir haben viele Wege, Groll auszudrücken. Nur einen eine Entschuldigung anzunehmen. Ich muss meinen Weg gehen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Sie hätten sie sterben lassen. Und ich gehöre nicht... Ikri. Ich finde einen Riss im Gletscher. Schreie meine Trauer hinein. Das Eis kann sie behalten. Was soll ich ihnen sagen? Dem Verag. Ich stürzte. Und dass sie ausharte. Okay? Oh, wow. Weiter mit dieser traurigen Geschichte. Zum Finale dieser traurigen Geschichte. Meilen ist zurück. Sicherlich hast du dazu etwas zu sagen? Habe ich. Dann zeig mir, was das Wort einer Fremden wert ist. Ich kenne nicht alle Banuk-Traditionen, aber ich weiß, die Einhaltung eurer Gesetze ist wichtig. Gemäß den Regeln eurer Probe hat sie die vier Tage und Nächte durchgestanden. Sich allem gestellt und überlebt. Das war's doch, was ihr wolltet. Das stimmt. Nach dem Gesetz wird Meilen unsere Farben traben. Fremde. Was ist mit der anderen Jägerin? Ich meine Ikri. Sie ist fort. Sie klang tapfer. Ihr Name wird immer in meinem Lied sein. Ja. Too late. Zu spät dafür. Mäh. Okay, wo wollen wir hin als nächstes? Oh, was hatten wir hier? Jagdprüfungen. Hier runter. Das ist als nächstes dran. Wo ist mein Reittier? Wo ist er? Es wird immer schlechter, mein Pfeifen. Ja. Ist mein Reittier überhaupt gekommen? Komm schon. Wo ist er? Schafft er es nicht durchs Tor durch? Komm schon. Hopp. Ja. Jetzt. Sehr gut. Sehr gut geparkt. Muss man den schon lassen. Okay. Schauen wir mal, was der Weg sagt. Runter. Runter. Da ist sowieso so verschachtelt mit den ganzen Bergen. Das ist glaube ich nicht das richtige Wort dafür. Ja. Mundi wurde aufgestockt. Zum Lagerfeuer zuerst. Nochmal drüber speichern. Gleich den Weg dort runter, wie es ausschaut. Schauen, dass wir keinen Säbelzandtiger über den Weg laufen. Oder wie sie auch immer heißen gerade. So. Schnellspeichern. Ganz wichtig. Und dann weiter zu dieser Mission. 400 Meter. Kann ich jetzt... Ah, das stoppt mich erwarten, wenn ich einsammle. Mäh. Ich muss Truthahne. Ratten. Fische killen. Aber alles, was ich sehe, sind Ziegen. Nur blöde Ziegen. Aber keine Monsterwender oder Maschinen. Ah, hier sind wir richtig. Ah, ist das wieder Jagdprüfungen? Ich glaube so. Das schaut nach Jagdprüfungen aus. Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten, würde ein ganz anderes Signal setzen. Mitten ins Banditencamp reingehupft. Fulsch. Ein Headshot und ist ja nicht weg. Ohohoho. Oh. Ey, jetzt nicht die der Schussballer rumereiern. Oh, 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 oh. Gute Arbeit, Viech. Ne, da ist es Tritt. Da ist es Tritt, erledigt euch. Ihhh. Das stöhnen. Eines der schlechtesten Teile des Spiels. Normal. Headshot macht dich sofort weg, normal. Zusammenreißen jetzt. Uhhh. Gute Arbeit, Esel. Brav gemacht. Ich loote mich mal durch. Hast du denn nichts besseres zu tun? Ja. Die Typen da oben. Den Gegner abdrängen. da ist ein headshot wenn sie eine maske aufhaben ist es kein one shot headshot ok rennen wir einfach raus ein alarmsignal dafür zu spät haben wir keine entscheidenden pfeile dabei das ist ein lagerfeuer wenn wir uns nicht wehren sind wir geliefert dann werde ich mal das war ein volltreffer wenn ich gerade nur durchrolle keep on rolling 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 der macht sogar schaden schaffe ich es noch mal was entscheidend zu treffen jetzt muss man ein headshot geben das ist hier die leaderin ich hoffe das war die leaderin so wo sind meine heilungsgegenstände da das ist die große heilung kann ich das schon anzünden normal stimmt man doch nicht einfach so rein aber es ist ja nicht die schwierigste schwierigkeit mit gesleidet ich hätte diesen dann machen sollen und jetzt volle kanne drauf headshot können wir da wieder einen fetten ne da ist meine hellpflanze die ich genau die ganze zeit nehmen wollte wer hat her geschossen gerade auch da ein sniper ich sehe ihn nicht mal scheit kopfreis ne jetzt bist du dran ja, hat mich getroffen oh, die haben mir keine kleine Loot ja, Metallscherben Metallscherben sag ich, was fällt das hier ne da haben wir ein bisschen mehr Loot hmmm weiter rein stehen wir dann einfach hopp, was fällt mhm, mhm das ist ein Bosford riecht friedlich ich hasse Frieden viele Menschen sterben friedlich kann ich sein ich nicht mir schwant etwas durchsucht das Lager seht unter jedem Stein nach und schaut was darunter hervorkriecht das ist kein guter Anfang granaten 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 nicht getroffen guter explosion oh fuck misst man nicht gut getroffen ah, vieler granatenzeit das war noch nicht ja ja das ist ein granatwerferduell ich werde mich auf jeden Fall bewegen okay, Mist ah, ich hoffe dass es weh tut ah hab ich da den Spot den Megaspot hallo das bin ich jetzt nicht zu gold die Ansage oh je slow and steady das war's er wird nichts mehr anzünden können gut, gut, gut kann ich seine Waffe aufheben könnte nützlich sein wenn ich sie aufheben könnte schaut nicht so aus als könnte ich das oh, hallo hast du nicht geholfen zum Schluss boah, der ist stark verschneit grad das nehm ich doch mit cool was mach ich hier ich seh gar nichts das ist so verschneit oh, schauen wir mal auf die Karte was sagt es das tötet die Banditen oh Mist das heißt wir sind doch nicht fertig wo ist der Rest der Banditen dort unten sind das die restlichen Banditen ok das schaffen wir wenn ich den Weg runter finde dann schaffen wir das ich hoffe das sind unten die restlichen Banditen Esel wir müssen mehr Banditen killen das war zu viel gehupft das sind die restlichen Banditen das hat es weh getan da ist ganz alleine da drüben meine Blume nein Wetter nicht aber dich ohne Nil macht das Nil ohne Nil macht das nicht so viel Spaß wo ist meine Unterstützung der Vera gefährt bald dass ich das Banditenlager zerstört habe ich wette man kennt mich schon in ganz sangesgrund Zeit Aratan herauszufordern oi Schluck Schnackerl ja danke fürs Zuschauen Episode vorbei Tschüss Tschüss